Soll ich noch eine schauen? Mit dem neuen Entertainment OS 4 könnt ihr ganz gedegen eure Lieblingsserie schauen. Euer Swisscom TV hat auf Entertainment OS 4 ein Feature, das einmalig ist. Play Next. Wenn immer die nächste Episode der Serie irgendwo im Swisscom-Universum verfügbar ist, schlägt euch Swisscom TV genau diese vor. Das funktioniert senderübergreifend. Neu könnt ihr auch Serienaufnahmen programmieren. Über mehrere Sender. Wenn ihr dann die Staffel schaut, kann das heissen Episode 1 auf dem Schweizer, Episode 12 pro 7, Episode 3 auf ORF und so weiter. Serien schauen mit Swisscom TV. Eine wahre Freude. Probiert es aus. Ich bin Marcel, Trainer bei Swisscom Academy und wünsche euch viel Spass. Ich bin Marcel. Ich bin Marcel. Ich bin Marcel, Trainer bei Swisscom. Ich bin Marcel und knut. Ich bin Marcel! aber auch Changen. Ich bin Marcel.